Norddeutscher Rundfunk 2021 Und der Dreiergner kriegt es vier Zeugs nicht Das qualitieren wir mal auf dem Kölger Youngster. DJ Charts wieder drauf bei den Mörlitz. Und dann ist der Tuki Brown mit dem Stil. Und dann ist der Tuki. Gut gesehen, gut gespielt. Noch 6 Sekunden auf der Uhr. Tuki Brown verzögert nochmal. Tuki Brown. Schöne. Stark. Steiger wieder. Tuki Brown. Ein bisschen Platz lassen bei einer 3er-Quote der Bayreuther von 19 Cent. Schön. Wuhuuu. Du kannst aber diesmal finden den nicht. Der Weg dahin war dicht. Tuki Brown. Und hier in Braunschweig ab und zu mal ranhängen mit viel Strom und auf der anderen Seite. Und hier in Braunschweig, das ist ein schöner Pass. Ja, dann kehrt ihr weiter. Und hier in Braunschweig, das sind Bilder und Klasse am Spiel. Und hier in Braunschweig, das ist ein schöner Pass. Und hier in Braunschweig, das ist ein schöner Pass. Richtig gut aus Braunschweiger Sicht. Wie gesagt, das hier in dem Saisonschnitt knapp 92 Zähler. Und hier in Braunschweig. Ja. Und hier in Braunschweig. Und hier in Braunschweig. 7 zu 0 auf. Und hier in Braunschweig. Und hier in Braunschweig. Und hier in Braunschweig. Und hier in Braunschweig. Jetzt wieder im Spiel. Scheint ihm gut zu gehen. Aus dem Dribbling heraus der Wurf. Ich hab nur ein Clever runter, sieben Sekunden. Und jetzt haben wir in der Bühne Tocchi Brown eben auch den besten Ballhändler. Ja, wie kein zweiter im Rock. Gegen Wiesel-Hutlicht-Programm ist ohne Registanz groß. Das Spiel kurz. Tocchi Brown. Und jetzt haben wir das schöne Handspiel. Tocchi Brown. Ohne Größe. So, Braunschweig muss jetzt mal pumpen. Wie gesagt, die Frau Schufe Braunschweig jetzt ein richtiges Polster zu holen. Bis zur Pause. Im rechten Tunnel nur so viele Möglichkeiten haben die Frau von Skyliners eben auch. Tocchi Brown für drei. Die Situation hat jetzt gut gelöst. Ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit zu ihr zahlt. Tocchi Brown nimmt sich noch den letzten Lauf. Bislang haben sie aber keinen Zugriff gefunden auf diesen. Viel Zeit noch um acht Punkte aufzuholen. Und dennoch... Die Verletzungen, die verlassen sich da doch sehr stark auf die individuelle Qualität. Die Verletzungen, die Tuki Brown für drei, Tuki Brown, nächster drin. Braunschweig ist dran. Gut nach hinten gearbeitet, schnell zurückgekommen. Und das sauber, Jonas Dichter abgeräumt. Und Tuki. Tuki Brown im Gegenteil. Tuki Brown, der Mann der ersten 20 Minuten, zusammen mit ihm hier, Krämer, nächster Dreier. Tuki Brown, der hat das kompakte Center, das Duell von Schloten. Der Ball gut rotiert. Kaut. Tuki. T-Trips. Man kann halt auch in Ordnung, wenn man hier wieder wochen man hier gerückt hat. T-Trips an. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.